Ich pushe von Rang 1 auf Rang 35. Die ersten Games gehen relativ schnell und so kommen wir schon mal auf Rang 10. Und so sind wir schnell bei über 5er Trophäen und haben dann das entscheidende Match für Rang 25. Das war ultra spannend und am Ende konnten wir es ganz knapp gewinnen. Ab hier wurde es schwieriger, aber wir mussten in Kopfgeldjagd pushen. Nach einigen Stunden wurde auch Rang 30 geschafft. Dann wurde es richtig hart. Am Ende bekommt man für jeden Sieg nur noch 3 Trophäen. Doch nach vielen Stunden hatten wir endlich das entscheidende Spiel. Let's go Junge! Oh mein Gott, 0 Trophäen auf Rang 35 ist echt einer meiner krassesten Videos überhaupt. Oh mein Gott, jetzt go!